So Leute, jetzt geht es weiter. Ich habe Oskyn jetzt hier ein bisschen nachgetankt und alles. Hier kommt ein Nachschub. Er hat jetzt noch Treibstoff, das heißt, dass die da hoch können, das ist ja verdammt wichtig. Befehle, Kommandant. Ja, ja, die sagt er, wenn die da plötzlich wieder hochkommen. Ähm, hier kommt die. MG Schütze. Infanterie einsatzbereit. Ich jetzt aber gerade im Problem. Ja, Kommandant. Ist, wir finden irgendwie ein Geschütz. Hier fehlt wirklich ein Geschütz irgendwo. Ach, da ist es. Bewegung. Hat sich erledigt, vergesst alles. Erwartet Befehle. Zu Befehl. Beeilung. Ruhier hin. MG Schütze meldet sich zum Dienst. Infanterie in Bewegung. Befehle? Auf dem Weg. Einsatzbereit, Kommandant. Zu Befehl. Ist ein Zweitdinger drin? Ja, okay. Was kann ich eigentlich auch abtubbeln? Machen wir auch. Transporter meldet sich zum Dienst. Befehle? Panzerbrecher in Bewegung. Ich will dich hier drin haben. Erst einmal. Ja, Kommandant. Befehle, Kommandant. Beheilung. Wie lauten die Koordinaten? Kanone wird versetzt. Befehle, Kommandant. Ja, Aufgabe wird es sein, die hier zu schützen. Einsatzbereit, Kommandant. Erwarte Befehle. Auf dem Weg. So, dann... Befehle? Wir nehmen mal die Panzer vor. Jawohl. Erwarte Befehle. Laboraturfahrzeug. Beheilung. Befehle, Kommandant? Du hast noch Schuss. Das andere in dem anderen ist noch Treibstoff. Wunderbar, das gleicht sich alles sehr gut aus. Die werden wir noch nicht einsetzen. Jawohl. Das sind Elite-Dinger, die setzen wir später ein. Bereit für die Schlacht. Aber wichtig ist, dass wir sie haben. Das ist schon mal... Verstanden. Sehr, sehr wichtig. In Bewegung, Kommandant. Wir können sagen, dass wir hier in Ruhe durchklicken. Jawohl. Ohne Probleme. In Bewegung, Kommandant. Wir können das aber trotzdem sehr langsam und vorsichtig tun. Wir reparieren und füllen nach. Hier kommt ein Nachschub. Jetzt kommt der Platz erstmal ein bisschen hinten dran. Ja, Kommandant. Kanonen einsatzbereit. Verstanden. Befehle? Ja, ihr kommt hier mit. Wir reparieren und füllen nach. Der hat genug Treibstoff. Den brauchen wir später auch noch ein bisschen Produktion geben. Kanone in Bewegung. Jawohl. Oh, Mist. Kanonen einsatzbereit. Ja, Kommandant. Befehle, Kommandant. Kanonen einsatzbereit. Ja, okay. Ja, Kommandant. Befehle, Kommandant. Ja, Kommandant. Artillerie einsatzbereit. Ich habe hier unten keine Infanterie mehr. Ne, dann... Koordinaten, Kommandant. Du das dann jetzt doch so übernehmen. Bewegung. Ja, Kommandant. Auf dem Weg. MG geölt und einsatzbereit. Koordinaten, Kommandant. Infanterie in Bewegung. Bereit für die Schlacht. Bewegung, Soldaten. MG-Schütze meldet sich zum Dienst. Beeilung! MG-Schütze in Bewegung. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Kanone in Bewegung. Kanonen einsatzbereit. Kanone wird versetzt. Befehle, Kommandant? Jawohl. Gut. Infanterie meldet sich zum Dienst. Läuft. Aber... Jawohl. Ja, Kommandant. Wir reparieren und füllen nach. Fahrzeug funktionstüchtig. Ja, Kommandant. Infanterie in Bewegung. Bestätigt. In Bewegung, Kommandant. Enemy sighted. Feind gesichtet. MG-Schütze in Bewegung. Verstanden. Vollgriffer. Beeilung. Infanterie in Bewegung. Da sind Panzer unterwegs. Jawohl. Beeilung. Schütze. Infanterie in Bewegung. Feuer. 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 Bewege. Bewegung, Soldaten. Ziel in Sicht. Bewegung. Sperrfeuer. Bewegung, Soldaten. Bewegung, Soldaten. Feuer. die doch nicht infanterie meldet sich zum diensten verstanden jawohl verstanden einsatzbereit kommandant ja kommandant erwarte befehle koordinaten kommandant kanone in bewegung auf dem weg jawohl koordinaten kommandant bestätigt infanterie meldet sich zum dienst befehle ja kommandant ja kommandant beeilung erwarte befehle ja kommandant ja kommandant ja kommandant artillerie einsatzbereit kanone wird verser koordinaten kommandant befehle kommandant befehle kommandant kanonen einsatzbereit jawohl in bewegung kommandant kanone in bewegung befehle bestätigt bestätigt erwarte befehle bereit für die schlacht infanterie in bewegung infanterie meldet sich zum dienst beheilung mg schlütze in bewegung mg schlütze in bewegung mg schlütze in bewegung ja feindliche einheiten gesichtet mit bereit für die schlacht na los mg schlütze in bewegung es muss noch überreste der vorräte der alliierten truppen geben ihre männer sollen das gebiet durchsuchen verstanden was ist jetzt los ah ok ja aber da oben sind panze da das ist ein problem open fire jawohl jawohl bereit für die schlacht infanterie meldet sich zum dienst mg schlütze in bewegung mg schlütze in bewegung mg schlütze in bewegung mg schlütze in bewegung bewegung soldaten infanterie in bewegung na los feindliche einheiten in bewegung kommandant befehle bestätigt infanterie meldet sich zum dienst ja kommandant infanterie in bewegung jawohl erwarte befehle sehr gut auf dem weg dann gehen wir jetzt mal vorräte infanterie in bewegung mg schlütze in bewegung mg schlütze in bewegung mg schlütze in bewegung k warte scheiße uuuff ok infanterie einsatz bereit Steht doch auf! Was soll diese Scheiße? Was? Also... Infanterie einsatzbereit! Infanterie einsatzbereit! Ja, doch! Infanterie einsatzbereit! Meine Fresse! Bereit für die Schlacht! Bewegung! MG-Schütze in Bewegung! MG-Schütze in Bewegung! Fire at the target! Sight-Belistet! Fire! In Bewegung! Enemy sighted! Was man mal machen ist... Wie lauten die Koordinaten? Befehle? Ja, ich brauch die! In Bewegung! Jetzt sagen die hier... Koordinaten! Kommandant! Infanterie einsatzbereit! Ja? Na gut, die Panzerbrecher... Jawohl! Der kann zurück! Jawohl! Panzerbrecher meldet sich zum Dienst! Na, der Dreier... Infanterie einsatzbereit! Ja, mein Mann! Jawohl! Wie geht's denn hier aus? Koordinaten! Kommandant! Befehle? Wie lauten die Koordinaten? Panzerbrecher... Jawohl! Die werden schlecht! Ja! Panzerbrecher in Bewegung! Warte für die Häuser nachher... Koordinaten! Kommandant! Infanterie einsatzbereit! Auf dem Weg! Oder einen größeren Trupp haben... Ich meine, wir haben hier eine gute... Koordinaten! Kommandant! Ja, Kommandant! Packabwehr! Das sollte hier klappen! Einsatzbereit, Kommandant! Koordinaten! Kommandant! Wie gesagt, einer kann ja auch schießen, darf man vergessen... Zu Befehl! Aber für die Bewegung brauche ich halt die zwei... Ja, Kommandant! Ja! So, dann sammelt euch erstmal alle hier... Besten Vorgehen... Bewegung! Bewegung! Nein, hier war nichts... Okay... Bewegung, Soldaten! Aber hier geht's jetzt gleich los, ja... MG Schütze in Bewegung! Sehen? Nicht... MG Schütze in Bewegung! Bestätigt! Panzerbrecher meldet sich zum Dienst! Ihr werdet nachher so ein bisschen von hinten... Befehle? Würde ich am besten sagen... Auf Panzerjagd! Auf die Häuserfeuer! Jawohl! Jetzt mal gleich eure Reichweite genauer an... Panzerbrecher einsatzbereit! Wenn ihr mir ja nicht meine Dinger hier kaputt macht... Erwarte Befehle! Okay... Das ist in Ordnung... Befehle, Kommandant? MG Schütze in Bewegung! Ja! Bestätigt! Na los! Beheilung! Verstanden! Feindliche Einheiten! Volltreten! Erwarte Befehle! Jawohl! Tötet sie! Angriff! Ein großes Ziel noch... Befehle, Kommandant? Sie zerstört! Oh, die sind ja da oben... Okay, ne... Dann ist es nicht so schlimm... Ist okay... MG Schütze in Bewegung! Bestätigt! Shoot them! Tötet sie! Feuer! Ziel zerstört! Panzerbrecher in Bewegung! Tötet sie! Knallt sie ab! Tötet sie! Zerstört! Tötet sie! Tötet sie! Infanterie meldet sich zum Dienst! Jawohl! Befehle! Na los! Gut gekämpft, Jungs! Faltdampf gut gekämpft! Jawohl! Bewegung, Soldaten! So! Na los! Ich hoffe, das war jetzt ein Transporter, damit könnte ich dann wirklich leben. Es gab zwei Versorgungsfahrzeuge, glaube ich. Bewegung, Soldaten! Da eins... Es gab zwei und wir haben... Ein Versorgungsfahrzeug gekillt. Das ist richtig gut, ja. Was haben wir denn hier? 500.000, ja. Infanterie in Bewegung! So, dann gucken wir mal. Panzerbrecher einsatzbereit! Panzerbrecher in Bewegung! Du kannst hier rein, weil das ist schon mal wichtig. Treibstoffprobleme hat das Ding schon mal. Infanterie einsatzbereit! Befehle! Panzerbrecher in Bewegung! Infanterie meldet sich zum Dienst! Befehle! Befehle! Panzerbrecher einsatzbereit! Ja, Panzerbrecher auch hier, ja. Panzerbrecher einsatzbereit! Hier kommt ein Nachschub! Panzerbrecher meldet sich zum Dienst! Panzerbrecher einsatzbereit! Ähm... Jetzt die Überlegung, wie machen wir das jetzt? Hier kommt ein Nachschub! Hier kommt ein Nachschub! Komm mal hin! Ja, Kommandant! Ja, Kommandant! Kanone wird versetzt! Hier ist nur noch Munizierung schon. Auf dem Weg! Zu Befehl! Infanterie einsatzbereit! Bestätigt! Immer noch Bescheid! Jawohl! Beheilung! Okay. Bewegung! MG Schütze in! Erwarte Befehle! Also wir haben hier Munizierung und hier keine Munizierung mehr, aber nur noch Treibstoff. Wir reparieren und füllen nach! Aber das ist okay. Das heißt, Treibstoffproblem werden wir jetzt hier so keine bekommen. Dann bin ich jetzt mal erst darüber ganz froh. Erleichtert natürlich einiges. Bestätigt! Bestätigt! 906 und ihr? Ja. Gut, dann kommt ihr mal. Befehle? Befehle? Wie lauten die Koordinaten? Verstanden. Einsatzbereit, Kommandant! Jawohl! Treibstoffprobleme haben wir zum Glück keine. Befehle? Prositiv. Hier haben wir Munition. Jawohl! Hier haben wir auch Treibstoff. Beheilung! Erwarte Befehle! Perfekt. Einsatzbereit, Kommandant! Würde ich doch wirklich sagen, weil die... Jawohl! Dass der jetzt Treibstoff kriegt. Ja. Das soll ihn hier voll machen. Soll er hier alles raus? Ja. Soll er ihn jetzt wirklich auch hier voll machen? Habe ich kein Problem mehr? Ja, Kommandant! Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann können wir jetzt gleich hier hoch starten. Jawohl! Kanonen einsatzbereit! Ich bin aber überlegen, wie wir das jetzt am besten machen. Ob wir das wieder hier von der Seite machen. Befehle? Befehle? Bin ich jetzt nur nicht ganz sicher, wie ich das jetzt am besten mache. Äh... Das ist ja nicht, was mich hier oben auch erwartet, ne? Na? Dann kannst du jetzt gerade den Rest auch voll machen, weil dann... Wir haben jetzt hier den Netz. So, du noch hier hin, bitte. Wie noch ein bisschen voll machen. Gut ist das hier, ja. Du noch. Ja. Und jetzt haben wir die Panzer voll. Und dann können wir die jetzt wunderbar da hoch schicken. Das ist richtig geil. Auf dem Weg! So, kommt der mal hier runter? Hier hin? Ja. Auf Panzerjagd! Panzerbrecher in Bewegung! Befehle? Auf Panzerjagd! Auf Panzerjagd! Erwarte Befehle! Erwarte Befehle! Auf dem Weg! Kanone in Bewegung! Jawohl! Kanone wird versetzt! So. Wie gesagt, Munitionen warten wir runter. Erwarte Befehle! Was wir jetzt hier schon mal machen können, ist das Dich hier hoch schicken. Artillerie einsatzbereit! Beheilung! Jawohl! In Bewegung, Kommandant! Wie gesagt, Dreistoff haben wir gut. Da brauchen wir keine... Koordinaten, Kommandant! Ach so, noch Rie hier. Bewegung! Befehle? Da haben wir auch nur eine Einheit drin, ne? Ja, dann lassen wir das erstmal alles hier unten stehen. Und wir rücken jetzt hier oben vor, würde ich sagen, ja. Befehle, Kommandant? Beheilung! Ein Gegenangriff aus dem Naugen! Schnell! Bereit machen! Heiß! Panzerbrecher meldet sich zum Dienst! Bestätigt! Feind gesichtet! Hört! Ziel unter Beschlossenen! Jawohl! Komm! Infanterie einsatzbereit! Destroid! Feuer! Artillerie! Feuer! Ziel unter Beschlossenen! Klasse! Ich hatte den Gegenangriff gar nicht mehr auf dem Schirm. Zu befehl! Ich wusste gar nicht, dass das dann ging. Okay, dann wissen wir das jetzt wenigstens. Da sind wir jetzt schlau. Ähm, Reparaturfahrzeug, wo seid ihr denn bitte? Sanitäter! Ah, scheiße. Ich hab jetzt hier nichts mehr, oder? Koordinaten, Kommandant? Koordinaten, Kommandant? Kanonen, einsatzbereit! Doch! Bin da, wo man mich braucht! Bandagen sind einsatzbereit! Ja, Kommandant! Äh, wird, glaub ich, nichts mehr zu spät, oder? In Bewegung, Kommandant! Wenn ich... Ja, ist zu spät. In Bewegung, Kommandant! Bin da, wo man mich braucht! Zu befehl! Ah! Kanone wird versetzt! Unnötig! Ja? Ich hab nicht mehr gewusst, dass ich da eine Infanterie hab. Aber was jetzt... Wo ist mein... Befehle? Reparaturfahrzeug wollte ich schon fragen. Ja, da ist... Bewegung! Befehle, Kommandant! Einsatzbereit, Kommandant! Infanterie, einsatzbereit! Infanterie, einsatzbereit! Ach, das ist wie bei meinem Hauptding hier... Infanterie meldet sich zum Dienst. Schwere aber. Hier machen wir das mit Unterstützung von Panzereinheiten, würde ich sagen. Sogar, ja. Infanterie, einsatzbereit! Infanterie unterstützt mit Panzern, allem drum und dran, das war... Infanterie meldet sich zum Dienst. Ja, Kommandant? Infanterie, in Bewegung! Bereit für die Schlacht! Infanterie, in Bewegung! So, ihr wartet hier ab. Auf Panzerjagd! Panzerbrecher, in Bewegung! Einsatzbereit, Kommandant! Ja, Kommandant? Na los! Wie lauten die Koordinaten? Befehle, Kommandant? Ja, komm mal her. Ähm... Einsatzbereit, Kommandant! Ja, komm mal her. Komm mal her. Du kriegst... Ah, Munition, ein bisschen. Ja, ein bisschen Munition. In Bewegung, Kommandant! Ja, Kommandant! Gut. Reicht auch. Befehle? Brauchst du eine extra Einladung, oder was? Einsatzbereit, Kommandant! Bewegung! Einsatzbereit, Kommandant! Verstanden! Befehle? Gibt's hier noch einen kleinen Beutepanzer zum Kraftkabler? Bestätigt! So, na los! Erwarte Befehle! Bewegung! Artillerie, Einsatzbereit! Geschütze, ja. Auf dem Weg! Ja, ja, wir brauchen echt Munition, und zwar in allem Belangen. Oh, die habe ich auch. Erwarte Befehle! Kanone wird wisse! Artillerie, Einsatzbereit! Kanone in Bewegung! Ja, Kommandant! Echt, das ist das Zeug, da kapert, irgendwie. Ja, Kommandant! Treibstoff, geh hier hin. Erwarte Befehle! Geh hier hin. Wie gesagt, Treibstoff ist nicht das Problem, ne. Munition ist das Problem. Einsatzbereit, Kommandant! Kanone in Bewegung! Panzerbrecher meldet sich zum Dienst! Panzerbrecher in Bewegung! Na los! Na los! In Bewegung! Okay, sieht gut aus. Ja, Kommandant! Bewegung! Jawohl! Kanone in Bewegung! Einsatzbereit, Kommandant! Zu Befehl! Einsatzbereit, Kommandant! Erwarte Befehl! Panzerbrecher in Bewegung! Jawohl! Bewegung! In Bewegung, Kommandant! Einsatzbereit! Panzerbrecher in Bewegung! Panzerbrecher in Bewegung! Ziel in Sicht! Befehle, Kommandant? Bestätigt! Löscht sie aus! Das wäre einer weniger! Auf Panzerjagd! Bewegung! Befehle, Kommandant! Befehle, Kommandant! Erwarte Befehle! Panzerbrecher in Bewegung! Befehle, Kommandant! Wo kommst du mit? Befehle, Kommandant! Jawohl! Befehle, Kommandant! Bestätigt! Wo kommst du mit? Wo kommst du mit? Wir haben da hinten ja noch ein Versorgungsding. Das brauche ich auf jeden Fall. Wenn da schief geht, dann habe ich schon richtig Ärger an den Backen. Koordinaten, Kommandant! Ich hoffe, dass ich es diesmal vielleicht sogar mitnehmen kann. Fahrzeug funktionstüchtig! Zubefehl! Ja! Panzerbrecher in Bewegung! Befehle? Verstanden! Auf dem Weg! Na los! Ja, Kommandant! Jawohl! Verstanden! Infanterie meldet sich zum Dienst! Zubefehl! MG geölt und einsatzbereit! Okay. Infanterie meldet sich zum Dienst! Hier ist nichts... Infanterie in Bewegung! Bewegung, Soldaten! Infanterie in Bewegung! Befehle, Kommandant! Bewegung! Geh jetzt mal vor! Befehle? Jawohl! Ich bin jetzt irgendwie überrascht, hier ist nichts... Hier erwartet mich nichts... Sind die? Befehle? Bestätigt! Infanterie einsatzbereit! Infanterie einsatzbereit! Feindliche Einheiten gesichtet! Wunderbar. Infanterie in Bewegung! Befehle? Panzerbrecher in Bewegung! Man schießt da oben rein. Wollen wir gucken, ob hier was ist. Feindliche Einheiten! Volltreffer! Attack! Einsatz bereit! Ja, Kommandant! Ja, komm schon! Auf dem Weg! Befehle, Kommandant! Bewegung! Ja, Kommandant! Ja, Kommandant! Bewegung, Soldaten! Bewegung, Soldaten! Ja, Kommandant! 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 Ab und 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 ab. Wollte! Zur Befehle! Bewegung, Soldaten! verstanden zu befehl ja kommandant bewegung soldaten zu befehl Erwarte Befehle Das wäre einer weniger Infanterie meldet sich zum Dienst Befehle, Kommandant Sanitäter unterwegs Erwarte Befehle Auf dem Weg Zu Befehl Befehle Jawohl Jawohl Feuer 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 Wir sind einsatzbereit, Kommandant Oh, ist doch so ein Kotzen, ey Als hätte er das gesehen Er ist kotzt an Befehlung Einsatzbereit, Kommandant Beschissener Fick Sanitäter Befehle, Kommandant Erwarte Befehle Befehle, Kommandant Auf dem Weg Befehle, Beeilung Ja, ich muss es jetzt kurz hier warten Verstanden Sanitäter unterwegs Ich brauche hier einen Sanitäter Ey, das hier ist doch echt scheiße Bewegung, Kommandant Befehle Bewegung, Soldaten Gut, aber ich müsste hier hinkommen Aber ich müsste hier hinkommen und er dürfte mich nicht sehen Korrekt Ja Einsatzbereit, Kommandant Ja Beeilung Du dürftest mich eigentlich nicht sehen Das wissen wir beide Erwarte Befehle Schwachsinn Jawohl Wirklich Schwachsinn Ey, frag mich gerade, was die Scheiße sollte Jetzt hilft sie mich hier gar nicht sehen Panzerbrecher meldet sich zum Dienst Ey, das darf nicht wahr sein Jawohl Kanone in Bewegung Muss ich die Artillerie vielleicht doch einsetzen Auf Panzerjagd Weil der irgendwelche Sichtfelder hat Wo ich haben darf Ich habe mich hier angestiegen, da konnte ich nicht sehen Da ist ja nichts drin In dem Haus ist nichts Oh, das ist ätzend Panzerbrecher in Bewegung Panzerbrecher in Bewegung Feindliche Einheiten gesichtet Bereit für die Schlacht Befehle? Bin da, wo man mich braucht Bereit für die Schlacht Infanterie in Bewegung Feindliche Einheiten gesichtet Ja, da sitzt sie natürlich auch drin Echt Oh, Mist Infanterie meldet sich zum Dienst Na los Feuer Ja Bewegung Soldaten Halt Kommst du denn da dran, ne? Ja Komm schon, komm schon Ein richtiger Treffer Der sitzt Ja Wenn das Ding richtig sitzt, dann ist es wirklich Tappen Das will ich jetzt hier noch in diesem Part unterbringen Das ist doch der Ding Kann doch ohne wahr sein Ein Schuss Einsatzbereit, Kommandant Bewegung Soldaten So Gucken mal Hier ist nix dran Also die Vermutung ist, dass hier was dran ist Ja Zu Befehl Verstanden Ach, wir brauchen Reperturfahrzeuge Ketten, ne? Ja Fahrzeugantrieb beschädigt Befehle? In Bewegung, Kommandant Feuer Feuer So Das war's Eigentlich war's das Bewegung Verstanden Feuer Feindliche Einheiten Mg-Schlütze in Bewegung Verstanden Bewegung Soldaten Wo ist denn jetzt hier noch was? Ziel unter Beschuss nehmen Stellen sie im gerade eingenommenen Dorf einen Wachposten auf Panzerbrecher einsatzbereit Infanterie einsatzbereit So Leute Dann war's das von dem Part Wir sehen uns im nächsten Part wieder Ich würde jetzt erstmal noch kurz aufspielen Wird ich jetzt erstmal nochmal alles reparieren Und auffüllen Und dann sehen wir uns dann zur Schlacht von hier wieder Bis dann Und ciao Tschüss 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 Vielen Dank.